Yo, yo, liebe Leute, Ali Safari am Start und ich bin in Bünde und hab mir gerade das Konzert von Olabo angeschaut, die hinter mir gerade stehen und ich werde euch später noch ein bisschen was zeigen, was ich hier so gefilmt hab. Yo, Kultursafari unterwegs, check, 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 yo. Hallo, ich bin Jenny von Wet Coffee. Viele Grüße an Kultursafari. Musik Meine Damen und Herren, guten Tag, willkommen. Wir heißen Olabo. Bo und Ola. Wir freuen uns heute hier bei euch sein zu dürfen. Wir spielen mit zwei Loopstations. Gerade war unser erstes Stück A Cappella, nur mit Mikrofone und unsere Gesang, unsere Beatbox. Und wir spielen jetzt ein zweites Stück genauso. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit euch heute spielen dürfen. Musik 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 Impuls der Musik Schlägt mein Herz ins Mibaschi Die Plumpfrequente, so wie ich's lieb 77 BPM Extrem Relax Resonanz Herzfrequenz ganz im Hier und Jetzt Setz mir Themas an auf Weil wenn ich Luftschlösser baub, brauch ich was Warmes im Bauch Komm, das kennst du auch Mach mir gemütliches Licht an, denn wenn ich anfange Dann denke ich später garantiert nicht mehr dran Wohl ich warme Harmonie und Farbande Besse monotone Melodien Andauernde Denkprozesse Es ist als ob alles aus sich selbst entsteht So wie sich die Erde immer weiter um sich selber dreht Dreh sich Gedanken in meinem Kopf Und Musik bin wie am Tropf Und ich lieb es wie es klopft Nie zu viel, nie zu oft Dauerhaft läuft der Beat auf Repeat Bis der Song was geschieht Entstanden hast du nichts und ohne Gewicht Bist du doch existent und spendest dich Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.